Meine Damen und Herren, Mr. Thompson, Ihr Präsident, wird heute Abend nicht mit Ihnen sprechen. Seine Zeit ist abgelaufen. Ich habe es übernommen. Sie werden einen Bericht über die Weltkrise hören. Das ist es, was Sie hören werden. Zwölf Jahre lang haben Sie gefragt, wer John Gould war. Hier spricht John Gould. Ich bin ein Mann, der sein Leben liebt. Ich bin der Mann, der weder seine Liebe noch seine Werte opfert. Vor zwölf Jahren, als ich in ihrer Welt arbeitete, war ich ein Erfinder. Wie der Mann, der die Verwendung von Dampf entdeckte, oder der Mann, der die Verwendung von Öl entdeckte, entdeckte ich eine Energiequelle, die seit der Geburt des Globus zur Verfügung stand und die die Menschen nicht zu nutzen wussten, außer als Objekt der Anbetung, des Terrors und der Legenden ohne einen donnernden Gott. Ich erfand einen Motor, der seine Energie aus der Atmosphäre bezieht, einen ewig laufenden Motor. Er hätte die Effizienz jeder menschlichen Anlage, die mit Energie arbeitet, erhöht. Er hätte mir und denjenigen, die mich angestellt haben, ein Vermögen eingebracht. Dann hörte ich mich eines Nachts bei einer Fabrikbesprechung wegen meiner Leistung zum Tode verurteilt. Ich hörte drei Parasiten behaupten, dass mein Gehirn und mein Leben ihr Eigentum seien, dass mein Existenzrecht an Bedingungen geknüpft und von der Befreiung ihrer Wünsche abhängig sei. Der Zweck meiner Fähigkeit, so sagten sie, bestehe darin, den Bedürfnissen derer zu dienen, die weniger fähig seien. So wie die Parasiten auf meine Selbstaufopferung zählten, um die Mittel ihres Plans durchzuführen, so sah ich in der ganzen Welt und in der Geschichte der Menschheit in jeder Version und Form, dass ich euren Frevel beenden könnte, indem ich nur ein einziges Wort in meinem Kopf ausspreche. Ich sprach es aus. Das Wort lautete, Nein. Ich stand mitten in dieser Versammlung von 6000 Männern auf und erklärte, dass ich den Motor der Welt anhalten würde. Ich verließ diese Fabrik und ich verließ ihre Welt. Und ich machte es mir zur Aufgabe, ihre Opfer zu warnen und ihnen die Methode und die Waffe zum Kampf zu geben. Die Waffe war die Gerechtigkeit. Ich versammelte die Führer der Industrie, die Intellektuellen und die Künstler und zeigte ihnen allen eine neue Art und Weise, nach einer anderen Moral zu leben. Meiner. Wir, die Männer des Geistes, streiken jetzt gegen die Selbstverbrennung. Wir streiken gegen das Credo der Ehrenbelohnungen und der unbelohnten Pflichten. Wir sind im Streik gegen das Dogma, dass das Streben nach dem eigenen Glück böse ist. Wir waren die lebenden Puffer zwischen euch. Und die Natur eures Glaubensbekenntnisses ist nicht mehr da, um euch vor den Auswirkungen eurer gewählten Überzeugungen zu retten. Ihr habt mit geliehener Zeit gelebt und ich bin der Mann, der das Darlehen eingefordert hat. Wenn der Mondstaat zusammenbricht, seiner besten Sklaven beraubt und in ein ohnmächtiges Chaos stürzt und sich in hungernde Räuberbanden auflöst, die sich gegenseitig ausrauben wollen, wenn die Verfechter der Opfermoral mit ihrem letzten Ideal untergehen, dann und an diesem Tag werden wir zurückkehren. Dann wird dieses Land wieder zu einem Zufluchtsort für eine verschwindende Spezies werden, das rationale Wesen. Das politische System, das wir aufbauen werden, ist in einer einzigen moralischen Prämisse enthalten. Kein Mensch kann durch den Rückgriff auf physische Gewalt irgendwelche Werte von anderen erhalten. Jeder Mensch wird stehen oder fallen, leben oder sterben, nach seinem rationalen Urteil. Wenn er es nicht anwendet und fällt, wird er sein einziges Opfer sein. Wenn er das Gefühl hat, dass sein Urteil unzulänglich ist, wird ihm keine Waffe gegeben, um es zu verbessern. Wenn er sich entscheidet, seine Fehler rechtzeitig zu korrigieren, wird er das ungehinderte Beispiel seiner Besserwisserer zur Anleitung und zum Denken lernen haben. Aber der Infamie mit einem Leben für die Fehler eines anderen zu bezahlen, wird ein Ende gesetzt. Wer auch immer Sie sind, Sie, die Sie in diesem Augenblick allein mit meinen Worten sind, mit nichts als Ihrer Ehrlichkeit, die Ihnen helfen soll, zu verstehen, die Wahl, ein Mensch zu sein, steht noch offen. Aber der Ort ist, bei Null anzufangen, nackt vor der Realität zu stehen und einen kostspieligen historischen Fehler rückgängig zu machen, zu erklären, ich bin, also werde ich denken. Du hast gewusst, wie man eine Bestandsaufnahme deines Reichtums macht. Jetzt mach eine Bestandsaufnahme deines Geistes. Als du nach dem unerreichbaren Geist gerufen hast, aber du fühltest, dass er deine Welt verlassen hat, hast du ihm meinen Namen gegeben. Aber was du gerufen hast, war deine eigene, verratene Selbstachtung. Lassen Sie den Helden in ihrer Seele nicht in einsamer Frustration um das Leben vergehen, das sie verdienten, aber nie erreichen konnten. Überprüfen Sie ihre Rolle und die Art ihres Kampfes. Die Welt, die Sie sich wünschten, kann gewonnen werden. Sie existiert, sie ist real, sie ist möglich und sie gehört Ihnen. Kämpfen Sie. Kämpfen Sie für den Wert Ihrer Person. Kämpfen Sie für die Tugend Ihres Stolzes. Kämpfen Sie für die Essenz dessen, was der Mensch ist. Für einen souveränen, rationalen Verstand. Kämpfen Sie mit der strahlenden Gewissheit, einer absoluten Rechtschaffenheit zu wissen, dass die Moral des Lebens die Ihre ist. Und dass die Ihre der Kampf für jede Errungenschaft, jeden Wert, jede Größe und jede Güte und jede Freude ist, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Sie werden gewinnen, wenn sie bereit sind, den Eid auszusprechen, den ich zu Beginn meines Kampfes abgelegt habe. Und für diejenigen, die den Tag meiner Rückkehr wissen möchten, werde ich ihn nun vor der Welt wiederholen. Ich schwöre bei meinem Leben und meiner Liebe zu diesem Leben, dass ich niemals für einen anderen Menschen leben werde, noch einen anderen Menschen bitten werde, für das meine zu leben.